Hallo liebe Spielenden, hier ist wieder Garion Metatron mit einem neuen Livestream zu Elder Scrolls Online. Und heute sind wir hier im Addon Necrom, im Kapitel Necrom, und werden natürlich hier Afo Krypta ein bisschen genauer durchsuchen. Ihr seht auch schon da das Banner im Hintergrund, ja, das ist das Auge von Hemerus Mora. Und wir sind in Schifrenhalde, das ist eine, ja, kleine Stadt in Apokrypha, so heißt es ja richtig. Und hier werden wir jetzt die Hauptquest weitermachen, wir haben nämlich hier eine Storyline, eine Hauptstory, und wir müssen rausfinden, warum es gerade Gegner von Hemerus Mora gibt, was die vorhaben, was die so machen, und das versuchen wir rauszufinden. Und parallel haben wir natürlich hier auch noch ganz viele andere Quests und Sachen, die wir hier erkunden müssen. Auch noch auf der Telvani-Halbinsel, da ist auch noch einiges auf. Wenn ihr Fragen zu Elder Scrolls Online oder zu anderen Spielen habt, die ich so hier auf dem Kanal spiele, dann einfach in den Chat damit. Und wir fangen jetzt einfach mal mit dem Kronen-Store an. Und da seht ihr schon, die täglichen Belohnungen sind im Juli jetzt wieder neu, und es gibt zwei Glutflammenkisten, also Kronenkisten könnt ihr hier bekommen, wenn ihr 21 Tage lang täglich einloggt. Ansonsten, ja, gibt es natürlich noch ein bisschen mehr Belohnungen, wenn man noch länger einloggt, aber die 21 Tage ist die besondere Belohnung mit den Kronenkisten. Dann gibt es noch zehn Tage lang so aquatisches Überfluss-Paket, ja, also Einrichtungsgegenstände, alles, was mit Wasser zu tun hat, finde ich eigentlich ganz hübsch. Kennatris Rudel als Rüstungspaket ist auch ganz schick, aber nur noch drei Tage im Store. Und dann könnt ihr noch Weißplankes Gemetzel im Moment annehmen, ja. Also wenn ihr Cyrodul mögt, PvP mögt, Schlachtfelder mögt, dann könnt ihr hier die Quest dafür annehmen. Und natürlich besondere Belohnungen bekommen, wenn ihr PvP macht. Ansonsten gibt es noch diese Unterwasserhöhle als neues, oder nicht als neues, sondern als Haus im Moment. Ja, da ist dann so eine Blase drum und da ist dann so ein Schiff auch zu sehen, so ein bisschen Aquarium-mäßig. War schon mal da. Ja, zehn Tage ist sie noch da, dann könnt ihr, so lange könnt ihr noch dieses Haus bekommen. So, und dann gibt es hier noch so eine Spieluhr, ja, die ist natürlich auch ganz schön mit Wasser. Also im Moment ist alles auf Südseetraum, ja, alles auf Wasser und Aquatisch. Es ist wohl Sommer, würde ich sagen. Noch drei Tage ist sie drin, dann ist sie weg. Also beeilt euch, wenn ihr sie haben wollt. Und jetzt ist auch mal wieder hier die silberne Doppel-Dynamo-Dwema-Spinne, ja. Also jetzt endlich mal wieder der Zweisitzer hier mit hinten einem Sitz an dieser Spinne. Und dann könnt ihr noch jemanden mitnehmen. Zehn Tage lang noch im Store, also ab dem 13. Juli dann wieder raus. Und Tunika und Scherpe Ältestenrad, so sieht das Ganze dann aus. Auch noch drei Tage im Store und auch mit Eseplus günstiger, ja, da kostet ja einiges hier weniger. Und das also im Angebot. So, hier habe ich eben schon drüber gesprochen, ja, über die, ähm, über die Quest. Ja, dafür kriegt man dann Ereignisscheine, Ereignisscheine kann man wieder eintauschen gehen. Und hier gibt es auch im Moment dieses Farbpaket, ja, diese Farbpakete, wenn ihr noch kein Eseplus habt, könnt ihr ja hiermit auch färben, ohne dass ihr Eseplus habt. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Oder, ja, genau, mit Eseplus habt ihr auch zum Beispiel den Handwerksbeutel. Da können dann eure ganzen Handwerksmaterialien rein, dann habt ihr wieder mehr Platz im Gepäck und in der Bank. Je nachdem, wo ihr euer Handwerkskram alles liegen habt. So, Paket der ungefiederten Kisten, das ist im Moment so, die, ja, das ist im Moment das Paket, die Kronen, die gerade da sind. Und hier seht ihr auch, so der Eisnix, ja, da kann man sich mal holen, ist auch im Moment im Angebot. Okay, ansonsten, die Sachen könnt ihr euch natürlich alle auch mal selber angucken. Ich wollte euch nur kurz zeigen, was es Neues gibt. Ihr könnt noch diese Imperial Edition holen im Moment, die ist gerade günstiger. Die ist für alle interessant, die auch den kaiserlichen Monturstil haben wollen, das kaiserliche Pferd, diese Schlammkrabbe und hier dieses Maras Schwüre, ja, das ist ja ein Bund der Ehe sozusagen. Und, äh, genau, das könnt ihr im Moment euch auch holen, diese Imperial Edition, ja, das ist für manche aber ganz interessant, weil das Kaiservolk, ja, das kann man sich dann auch aussuchen. Okay, das war aber so im groben Ganzen der Überblick über den Kronenstore, das ist die mehrsitzige. Jetzt gibt es also viele unterschiedliche mehrsitzige, aber die silberne ist halt jetzt was Besonderes, ja, das hier ist halt jetzt die goldene. Wenn ihr so silber wollt, müsst ihr schnell zuschlagen. Dann gibt es natürlich immer wieder, wenn ihr bei Twitch zuschaut, Twitch Drops bei ESO-Streamern, ähm, meistens vom ESO-Stream-Team und dann kriegt man hier so Kisten. So, und diese Kisten geben Kronen, Edelsteine, wenn man diese Sachen, die man da drin kriegt, nicht gebrauchen kann, kann man die verwerten. Gucken wir mal, was drin ist. Das ist mal schön, eine Bonus-Belohnung, mal gucken, was es ist. Ja. Durchhaltevermögen ist eine Tugend, mein Freund. Leider auch wieder nur ein Topf, also kein Schluck oder irgendwie sowas. Wenn das Spiel übrigens so laut ist, sagt Bescheid, ne, dann stelle ich's um. So. Keine Kisten mehr, aber man kann stets neue kaufen. Ihr müsst eine Kiste kaufen, um weitermachen zu können, mein Freund. So, und jetzt werten wir alles. Diese wertvollen Edelsteine können gegen kostbare Belohnungen eingetauscht werden. Ja, jetzt seht ihr, wir verwerten die ganzen Sachen. Also das Besondere, was gerade getroppt ist, ist trotzdem nur ein Edelstein wert. Wenn das jetzt 5 Wert gewesen wäre, hätte ich ja gesagt, okay, cool. Aber so war es jetzt auch nichts Besonderes. So, und jetzt haben wir wieder 100 Öl von den grünen Edelsteinen. Also können wir uns bald wieder was Neues leisten. So, das waren die Twitch-Drops, das, was ihr mal gehört habt. Und dann gibt es natürlich noch Twitch Prime. Also wenn ihr eine Amazon Prime habt, dann Twitch damit verbinden. Und dann könnt ihr euch noch bessere Belohnungen jeden Monat abholen. Und da gibt es oben auf der Krone bei Twitch immer noch schöne Zusatzbelohnungen von Prime. Super, dann sind wir jetzt an der Quest. Ein verborgenes Schicksal. Wir spielen heute Story und werden mal gucken, was wir zu tun haben. Leramil, die Weise, hat vorgeschlagen, dass wir zur Schiffrenhall den Apokrypha reisen, um das Relikt, den Ritus und jenen Traum zu recherchieren, an den die Feinde von Himerus-Mora sich erinnern wollen. Ja, also, diese Feinde suchen also verschiedenste Sachen, ja, Relikte, Riten und einen Traum, ja, und wollen wissen, wie sie denn Himerus-Mora, ja, Salz in die Suppe schütten können, ja. Oder in die Suppe spucken, oder wie sagt man es? Naja, auf jeden Fall die Suppe versalzen können. Jetzt habe ich es. Ich habe eingewilligt, Leramil weiter zu unterstützen. Leramil hat mir eine Zauberschriftrolle gegeben, die dabei helfen sollte, die Bücherstapel der Schiffrenhalde nach Informationen über das Relikt, den Ritus und den Traum zu durchsuchen, auf deren Spur Torwesat, Vermina und Perite sind. Das sind die drei Feinde von Himerus-Mora. Perite ist der, ja, Dädra-Fürst der Krankheiten und Seuchen und sowas. Vermira, ich glaube, der Träume und Torwesat hatte den Traum. Also, ganz verrückt, auf jeden Fall sind die gegen Himerus-Mora. Ich sollte sie bei der Suche verwenden, diese Zauberschriftrolle. Da wollen wir mal gucken. Hm, das sieht vielversprechend aus. Und da ist auch Meln, der geht die ganze Zeit mit uns mit. Den haben wir schon in den Vorquests getroffen. Und jetzt hilft der mal. Das nennen sie eine Bibliothek? Ich sehe keinerlei Muster oder Ordnung in der Organisation der Schiffren. Und das ist ein schrecklicher Umgang mit Büchern. Ich verstehe jetzt, warum Lehrer mir Zauber einsetzen muss, um hier ihre Forschungen durchzuführen. Wenn ihr übrigens die Kamera einschalten möchtet, mich sehen möchtet oder irgendwelche anderen lustigen Sachen hier mit dem Video machen wollt, dann einfach unten auf den lila Kreis. Da könnt ihr Garipunkte eintauschen oder den Soundmanager oder Stickermanager benutzen. Dann könnt ihr sogar Aufkleber hier ins Bild tun oder Sounds. Also hier kann man ganz viel interagieren mit meinem Stream. So, jetzt gucken wir mal hier, was ist denn in diesem Bücherregal. Man muss ja immer gucken, kriegt man neue Bücher. Ja, hier ist schon wieder ein neues Buch. Das Niemont. Keine Ahnung, was das ist. Wir lesen es auch nicht vor. Zum Beispiel, das könntet ihr auch per Garipunkte anfordern. Unten auf dem lila Kreis gibt es die Belohnung. Neue Bücher vorlesen. Aber jetzt zeige ich es euch nur. Pause drückt, wenn ihr es mal lesen wollt. Das hat auf jeden Fall was mit Necrom zu tun. So. Und jetzt gucken wir aber mal, ob wir hier auch mehr Informationen kriegen. So, verlorene Erinnerung. Welch ein beunruhigendes Gefühl. An einem Tag ist alles noch gut. Und am nächsten erfüllen Sorge und Angst jeden wachen Moment. Und ihr seid euch sicher, dass etwas fehlt. Etwas Wichtiges. Etwas Entscheidendes. So geht es mir gerade. Ich habe das Gefühl, als... Ich lese das jetzt nur vor, weil das mit der Quest zu tun hat. Sonst würde ich das nicht vorlesen. Also fremde Bücher, die einfach nur mit Necrom zu tun haben, lese ich nicht vor. Aber das hier ist halt jetzt Hauptquest... Questfortschritt. Da lese ich mal vor. So geht es mir gerade. Ich habe das Gefühl, als wäre etwas, das ich gestern genau und vollständig kannte, verschwunden. Spurlos verschwunden. Mit Ausnahme eines vagen Traums. Meine Arbeit leidet darunter. Ich habe die anderen Schiffen gefragt, ob auch sie diesen Verlust verspüren. Sie wenden schnell den Blick ab und weigern jede Antwort. Verweigern jede Antwort. Ich weiß, das klingt verrückt. Aber ich glaube, dass sich die Wirklichkeit auf irgendeine Weise verändert hat. Jemand oder etwas hat ausgelöscht, was gestern noch war. Und absolut war. Und das Schlimmste daran, ich habe keinerlei Ahnung, was ich verloren habe. Auch wenn mein Vorgesetzter mich davor warnt, muss ich doch direkt mit dem großen Auge sprechen. Wenn etwas die Wirklichkeit verändert hat, dann möchte unser Herr doch sicher davon erfahren. Vielleicht werde ich ja auch dafür belohnt, dass ich diese Veränderung bemerkt habe. Ein Foliant mit Erinnerungen, an die man sich kaum in einem Traum erinnert? Schade, dass ihr nur wenige Seiten retten konntet. Dieser Stapel könnte etwas Wichtiges enthalten. Das nennen sie eine Bibliothek? Ein alter Foliant geht vorsichtig damit um. So, das nächste Buch. Als Ort, der in einer Taschenebene von Apokrypha existiert, dient das endlose Panoptikum Hemerus Mora als einer seiner sichersten Verwahrungsorte für geheimes Wissen. Nicht nur, dass es in einem verlagerten Dimension liegt, nein, der Eingang zum endlosen Panoptikum wechselt ständig seine Position. Und dabei taucht er nie ein zweites Mal am selben Ort auf. Gerüchten zufolge wird das Panoptikum durch weitere Verteidigungsmaßnahmen geschützt. Beispielsweise durch sich stets verändernde Kammern und Korridore eine Armee der Marantischen und anderen Wächtern, die zu mächtig und zu obskur sind, als dass man sie genau beschreiben könnte. Marantischen, was sind denn die Marantischen? Ah ja. Jetzt fragt ihr vielleicht, welches geheime Wissen solche Maßnahmen erfordert. Nur wissen, dass das große Auge allzu gefährlich oder zu enthüllend einstuft, als dass es jemand anderes als sich selbst anvertrauen könnte. Der Legende nach werden diese Geheimnisse in Büchern und Schriftrollen aufbewahrt, in besonderen Glyphika oder in Fragmenten von Moras eigener Erinnerung, im Inneren seiner freischwebenden Augen. Angeblich verliert jeder Sterbliche den Verstand, der sich zu lange im Panoptikum aufhält. Das Buch zerfiel zu Staub. Hoffentlich steht auf den Seiten, die er bergen konnte, etwas Wichtiges. Es ist halt schon etwas kompliziert. Es ist halt schon so, dass wir hier eigentlich immer wieder Sachen finden, die viel mit diesem Hemerus Mora träumen, Wissen und so weiter zu tun haben. Bücher, alles Wissen, Schicksal und so. Es ist also alles sehr, sehr vage. Darum ist es auch schwierig, die Geschichte bisher zusammenzufassen. Aber wir bleiben dran. In irgendeinem Buch wird uns schon ein guter Hinweis irgendwie erwähnt werden. So, die Bewohner Apokryphas. Dädrisches Ungeziefer. Niedere Dädra. Die Diener des Großen Auges. Und Eindringlinge. Wenn ihr das lesen wolltet, einfach Pause drücken. Ich lese es, wie gesagt, erstmal nicht vor, außer ihr wünscht es euch. Pergari-Punkte. So, wir gehen weiter. Ein Buch haben wir noch, da vorne. Hier, seht ob die Schriftrotte, die euch Lehrer mir gegeben hat, wirkt. Okay, was steht hier drin? Es verbresst. Schnell, schnappt euch die Überweste. Fulcrum Obscura. Ne, Fulcrum Obscura. Als das große Auge die Gebete des sterblichen Priors Dudrin erhört und ihm die Runen gewährt hatte, die er zur Herstellung eines Relikts von Apokrypha benötigte, des Fulcrum Obscura. Der Fürst der Geheimnisse hatte die Runen mit der Macht versehen, Geheimnisse zu finden und zu enthüllen, gleich wo sie sich auch verstecken. Und der Prior ritzte sie in einen alten Knochen aus der Geschichte von Negrom. Nun ist diese Schiffre der Ansicht, dass der Fürst des Schicksals nie vorgehabt hatte, den Sterblichen das Relikt behalten zu lassen. Den Sterblichen das Relikt behalten zu lassen. Ne, das Relikt müsste da stehen. Das ist falsch übersetzt. Den Sterblichen das Relikt behalten zu lassen. Ja, wäre richtig. Und dass es auch nicht dazu bestimmt war, auf ewig in den Katakomben von Negrom zu ruhen. Ich rechne damit, dass das große Auge sich früher oder später das Fulcrum Obscura zurückholen oder es einem anderen Getreuen gewähren wird, wenn die Zeit gekommen ist. Erlaubt mir bis dahin die Wunder aufzuführen, die dem Relikt zugeschrieben werden. Denn welche andere Gabe von Himerus Mora erlaubt es seinen Anhängern, einen gewünschten Ort zu finden oder ein Geheimnis enormer Bedeutung zu enttönen? Ja, man weiß es nicht. Es ist fast so, als würde jemand diese Bücher in dem Augenblick ausmerzen, in dem ihr sie findet. Ah, wenigstens konntet ihr etwas bergen. Eine weitere Stürmer... Ah, der... Und was finde ich vor? Die sterbliche Vertretung des großen Auges. Schon wieder. Ah, der neugierige Wachling ist zurück. Ich glaube, sie will mit euch sprechen. Wieder schlägt das Wasser des Schicksals Wellen durch unnatürliche Störungen. Als ob ein großer Tölpel einen Fels in einen ruhigen Teich geworfen hätte. Und welchen großen Tölpel finde ich in der Mitte dieser Wellen? Den sterblichen Vertreter des großen Auges. Nenn mich nicht Tölpel. Gibt's ja wohl nicht. Von welchen Wellen sprecht ihr, Skrutt? Es ist, wie ich es schon auf der Ebene der Sterblichen erklärte. Mir wurde aufgetragen, die Falten in den Annalen des Schicksals zu glätten. Wie ich diese Aufgabe bewältige, ist ganz mir überlassen. Doch wenn etwas den vorgeschriebenen Pfad des Schicksals ändert, sorgt dies für Wellen. So wie jene, der ich hierher gefolgt bin. Wir durchsuchen diese Stapel nach Informationen über das Relikt, den Ritus und den Traum. Interessant. Es wäre gut, mehr über das zu erfahren, was die Agenten von Vermina und Pegite in der Ebene meines Meisters suchen. Ist etwas Außergewöhnliches geschehen, während ihr eure Suche durchgeführt habt? Ähm, alle Bücher, die wir verhandeln, sind zerfallen. Kaum, dass wir ein paar Informationen aus ihnen ziehen konnten. Das hatte ich befürchtet. Worin auch immer ihr verstrickt seid, könnte außerhalb meiner Verantwortlichkeit liegen. Ich vermute, dass die Geheimnisse, die ihr zu entdecken hofftet, unter dem direkten Schutz von Apokrypha selbst stehen. Das große Auge hat Vorkehrungen getroffen, um sie verborgen zu halten. Was soll das genau bedeuten? Das heißt, euch wurde eine unmögliche Aufgabe übertragen und es könnte meine ansonsten makellose Akte beflecken. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Teilt, was auch immer ihr erfahren habt, mit Lehrer Miel der Weisen. Hoffentlich kann sie den Sinn dieser Zwickmühle erschließen. Ich verstehe nicht, warum euch Aldi so aufregt, Skrutt. Natürlich nicht. Warum solltet ihr auch? Ihr seid nur ein Sterblicher. Ihr wurdet von Hermaeus Mora auserwählt, um Apokrypha und Nirn zu retten. Um das zu tun, müssen wir eben jene Geheimnisse aufdecken, denen die Feinde des großen Auges nachgehen. Geheimnisse, die die Wirklichkeit, wie wir sie kennen, auflösen könnten. Und ihr meint, dass die Bücher zerfielen, weil Hermaeus Mora Schutzvorkehrungen getroffen hatte? Natürlich. Alles in Apokrypha stammt von Hermaeus Mora. Nur durch den Willen des großen Auges konnten die heiligen Folianten vernichtet werden. Ihr wurdet auserwählt. Und dann hatte ich das Pech, in die Sache hineingezogen zu werden. Auf Gedeih und Verderb wurden unsere Schicksale miteinander verworren. Und das bedeutet... Damit ich meine Aufgabe erfüllen kann, müsst ihr eure abschließen. Was nahezu unmöglich ist, da ihr die Schutzvorkehrungen Apokryphas nicht überwinden könnt. Was bedeutet, dass ihr das Schicksal nicht retten könnt. Folglich spielt es wohl keine wirkliche Rolle. Die Wirklichkeit wird sich schon bald auflösen. Die Wirklichkeit, der Traum, das Schicksal, alles, so viele Sachen. Okay, lebt wohl. Gut. Dann auf zu Leramil der Weisen. Wo ist die denn jetzt? Mal gucken, ob sie noch in Schiffrenhalde ist oder schon unterwegs. Ich würde ja sagen, ich könnte hier theoretisch... Ach, nee. Stehlen... Ich weiß nicht, ob Funke Stehlen mag. Ich darf auf jeden Fall nicht die Leidensklinge jetzt benutzen. Ich war kurz davor. Ich war kurz davor. Aber dann ist mir aufgefallen, ich bin ja mit Funk unterwegs. Und Begleiter mögen keine Morde. Oh, ist egal. Stehlen ist ihr egal. Gut. Puppe. 250 Gold müssten das jetzt gewesen sein. Und jetzt müssen wir gucken, wo ist Leramil. Die ist nicht hier. Doch hier unten irgendwo ist etwas. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Portal ist oder was das ist. Gucken wir mal. Nee, das ist die Kneipe hier in dem Dorf. Genau. Leramil wartet auf euch in ihrem Studierzimmer. Ja, habe ich mir fast gedacht. Studierzimmer. Leramil hatte wirklich große Schwierigkeiten, etwas Nützliches aus diesen Stapeln zu ziehen. Und jedes Mal, wenn sie etwas vielversprechendes fand, zerfiel es zu Staub oder verbrannte zu Asche. Jedenfalls ist sie in ihrem Studierzimmer. Ihr solltet hineingehen und sie wissen lassen, ob es euch besser ergangen ist. Ich dachte, das wäre die Taverne. Na gut. Leramil, Studierzimmer. Sieht aber mehr nach Taverne aus, oder? Die Stapel der Halde weigern sich, mir die Antworten zu geben, die ich mir erhofft hatte. Apokrypha selbst arbeitet gegen euch. Doch die Vertretung des großen Auges hatte etwas Erfolg. In der Tat, zeigt es mir ein Santa. Stimmt es? War eure Recherche über das Relikt, den Ritus und den verlorenen Traum erfolgreich? Jedes Mal, wenn ich dachte, ich hätte etwas Relevantes gefunden, zerfiel oder verbrannte es, bevor ich es untersuchen konnte. Jo, ebenso. Doch ich habe diese Seiten über das Relikt verlorene Erinnerung und das endlose Panoptikum gerettet. Dann habt ihr etwas ähnliches erlebt? Als ob die Stapel aktiv versuchen würden, diese Information zu verbergen. Dennoch habt ihr es geschafft, einen Teil der Recherchen zu retten. Eine Veranschaulichung eurer Rolle als Entsandter des Schicksals vielleicht? Lasst mich diese Seiten durchsehen. Ich bin mir nicht sicher, was all dies bedeutet oder wie es uns helfen soll. Hm. Dies impliziert, dass das Relikt eigens erschaffen wurde, um verborgene Geheimnisse zu enthüllen. Beziehen sich diese Geheimnisse auf den uralten Schiffrenbericht über den Traum von einer verlorenen Erinnerung? Und dieser letzte Punkt? Könnte der Feind das endlose Panoptikum suchen? Ja, davon gehe ich mal schwer aus, dass er das sucht. Das Problem ist einfach, verborgene Geheimnisse auf uralten Schiffrenberichten über einen Traum in verlorenen Erinnerungen. Leute, was wollen die uns hier sagen? Ich verstehe gar nichts mehr. Es geht um Geheimnisse. Es geht um uralte Schiffrenberichte. Es geht um endlose Panoptiken. Es geht um einen Traum. Es geht um verlorene Erinnerungen. Es geht um... Boah, ey, ich raff. 0,0 hier von der Story. Was ist das endlose Panoptikum? Nur eines von Hermaeus Moras sichersten Repositorien für geheimes Wissen. Es existiert in einer Taschenebene von Apokrypha. Doch der Eingang verändert beständig seinen Standort. Natürlich. Sie verwenden das Fulcrum Obscura, um das Panoptikum zu erreichen. Ach so. Ja, klar. Und wie setzen wir diese Informationen ein, Lehrer Miel? Ihr und Gardein müsst euren Teil des Relikts einsetzen, um es dem Feind gleich zu tun. Findet den Eingang zum Panoptikum. Es gibt Steingräber in der Ebene. Streut den Verbindungsstaub auf drei von ihnen. Danach lässt Gardein das Relikt einsetzen. Cool. Wie werden uns diese Steingräber helfen, den Eingang zum endlosen Panoptikum zu finden? Die Anwendung des Staubs auf die drei Steingräber, die ich auf der Karte markiert habe, wird eine Magikermatrix schaffen. Gardein wird bei jedem das Relikt einsetzen. Danach kann ich ein Ritual durchführen, um den Eingang des Panoptikums aufzuspüren. Ich werde Gardein auch ein Geschenk machen. Etwas, was ihn beschützt. Okay. Ja, so eine Magikermatrix wollte ich ja schon immer mal haben. Matrix 5 sozusagen. Nee, ist klar. Ein Geschenk. Ein Amulett, das Gardein einen gewissen Schutz gewähren wird, wenn ihr Apokrypha bereist. Bitte sorgt für seine Sicherheit, Entsandter. Selbst mit dem Amulett wirkt er übermäßig, zerbrechlich. Jedes Steingrab sollte leuchten, nachdem ihr Staub und Relikt erfolgreich angewendet habt. Mhm. Ich werde auf Vicar Gardein aufpassen, aber seid ihr euch sicher, dass es klappen wird? Forschen ist oft eine Abfolge von Versuch und Irrtum. Aber ja, das sollte klappen. Neben seinen üblichen Eigenschaften sollte das Relikt auch nach seiner anderen Hälfte suchen. Nachdem ihr die drei Steingräber aktiviert habt, kehrt ihr hierher zurück. Ich werde das Ritual dann abschließen. Okay, wir suchen jetzt also ein Panoptikum. Nehmt dieses Schutzamulett. Es weist euch als meinen Gast in Apokrypha aus und wird euch schützen. Das ist sehr rücksichtsvoll, Leramiel. Vielen Dank. Das endlose Panoptikum bleibt aus gutem Grund verborgen, Leramiel. Deshalb müssen wir es aufspüren und vor dem Feind beschützen. Das ist die Art von Zwickmühle, bei der meine Tentakel zucken. Okay. Auf die uralten Steingräber von Apokrypha zuzugreifen, was kann da schon schief gehen? Also, abgesehen von allem, geht mit Bedacht vor Sterblicher. Gut, das werden wir jetzt gleich mal. Im Moment gucke ich mich noch ein bisschen hier um, ob man irgendwas Schickes findet. Zum Beispiel eine Blaupause für ein agonisches Zelt oder eine agonische Ablage. Dann habe ich viel Wert sind die. Da kommt die nehmen wir einfach mal mit. Also, genau für sowas gucke ich immer in die Schränke rein. Gerade für Stiele, Möbelstiele, für neue Rezepte sozusagen. Oder halt auch für neue Bücher, damit die dann eingetragen werden in meinem Librarian. So wie hier, die Schifren des Auges. Könnt ihr jetzt auch wieder nachlesen. Das ist von Leramiel der Weisen. Da hat die so ein bisschen was geschrieben über die Schifren. Und gleich haben wir alles durch. So, das Lied des Roten Atlas. Wieder ein neues Buch. Das ist nicht neu. Immer wenn es neu ist, dann reagiert mein Librarian-Addon mit diesem Kling. Ups. Ja. Okay, dann haben wir ja eigentlich hier jetzt alles mal durchsucht. Außer hier liegt noch ein Buch. Ne, hier ist alles gut. Dann können wir mal nach den Gräbern suchen. Oder, wenn die jetzt so weit weg sind, dann hätten wir auch noch eine andere Quest hier. Nämlich Arsander. Und die Gräber scheinen irgendwo hier hinten zu sein. Was meint, da sollen wir mit Arsander die Quest machen? Oder jetzt hier die Gräber und die Hauptgeschichte? Ihr könnt es euch aussuchen. Könnt ruhig kurz in den Chat schreiben, was ihr lieber habt. Ich muss nämlich hier nochmal kurz ein paar Champion-Punkte vergeben. Nur schnell, ne. Also jetzt kein Stress. Ich wollte jetzt nochmal kurz gucken, dass ich hier noch ein bisschen was vergebe. So. Ach komm, hier packen wir auch noch was drauf. Zack. Ich mach nämlich so auf Champion-Level und vergesst, die dann immer zu verteilen. Habt ihr schon eine Idee? Sollen wir oder sollen wir nicht? Die Quest mit Arsander machen? So, hier müssen wir noch ein bisschen, ne. Erhöht eure Block-Migration. Sollen wir das wirklich benutzen? Erhöht eure abgeblockten Schaden. Ja komm. Irgendwann haben wir dadurch 2% weniger Schaden. So, und hier noch schnell rein. So, wo können wir denn hier noch was tun? Ihr habt die Chance für... Sorry, muss ich husten. 10% pro Stufe den doppelten Ertrag aus Ressourcen vorkommen. Na ja, na ja, das hier ist interessant, ne. Um zu ernten, dann geht's schneller. Oder hier nochmal. Ja, das wäre noch besser, ne. Erhöhtes erhaltene Gold. So, 6% zusätzliches Gold. Das ist auch schön. So, das reicht, oder? Na, wir haben noch 2. Moment, wir haben noch 2. Ähm. Falsschadenverringerung. Wäre natürlich bei mir immer ganz gut. Verringert die Kosten der Nutzer vom Wegschreinen? Ne. Es gibt noch irgendwas. Ja, die Qualität haben wir schon erhöht. Äh. Noch mehr Gold. Erhöht die Stufe, das von euch in Schatzkisten und Wertkassetten gefundenen Golds. Ähm. Ja, ich glaube noch mehr Gold, ne. Komm, wir machen immer mehr Gold. So. Okay. Ihr habt nichts gesagt. Dann hören wir mal kurz mit den Steingräbern. Na komm, wir machen die Steingräber jetzt. Also, wir versuchen jetzt mal dieses verborgene Schicksal weiterzumachen. Damit wir mal wissen, was wir von, äh, damit wir mal wissen, was die von uns wollen. Aber nach dieser Quest machen wir dann auch mal Nebenquests. Also, sowas wie von Asanda und so. So, und hier ist hier ein Tunnel, um in den neuen Bereich von Apokrypha zu kommen. Das ist so zweigeteilt irgendwie, das Gebiet. Ja, ihr seht doch schon, ne. Dann kommen wir hier in diese Tunnel und finden auch hier wieder Quests. Und, äh, die nehmen wir natürlich mit. Auch wenn wir sie jetzt nicht sofort machen. Schiffre, plaksat. Nachricht von Schiffre. So, ihr müsst Band 1 der Numinosen Grimmoors in der Bibliothek der Halde finden. Tja, das Problem ist, ich bin voll. Ich hab so viele Quests mittlerweile. Wir lassen mal die wiederholbaren jetzt weg. So, zack. Und da haben wir Numinose Grimmoor Band 1. Und da irgendwas mit dieser Notiz. Gemeinsam werden wir uns an einen verbotenen Geheimnis laben. Es freut mich, dass ihr mir bei diesen heiklen Aufgaben helfen möchtet. Erwähnt diese Sache Schiffre Plotis gegenüber nicht. Und lasst niemanden sehen, wie er das Numinose Grimmoor aus den Stapeln entfernt. Ja, was das genau ist jetzt. Ja, Numinose Grimmoor. Ein Folian mit verbotenem Wissen. Er wirkt, als wäre er nicht zu lesen. Ja, und jetzt müssten wir irgendwann mal Schiffre Plotis finden. Aber das ist ja jetzt wieder, wie gesagt, eine Nebenquest. Oh Gott. Eine Nebenquest und die machen wir erst später. Hier geht die Hauptquest weiter an. Schon verrückt, dass man in die andere Seite von Apokrypta hier durch so eine Höhle muss. Ja, die ist also da auch sogar mit Himmelsscherbe. Ach komm, die Himmelsscherbe holen wir uns aber noch. Himmelsscherbe kann man nie zu oft haben, oder? Was meint ihr? Ich nehm die einfach mal mit. Wo wir einmal schon in den Tunneln sind, nachher haben wir ja Wegschreine. Und dann Porten so, so nur von links nach rechts und hoch und runter. Und dann werden wir hier vielleicht auch nicht mehr so oft reinkommen. So. Äh. Das ist aber ja auch mal interessant, oder? Wo ist die denn drin? Aha. Ich wollte gerade sagen. Ich hab gedacht, ich bin zu fett dafür. Aber hat noch gerade so funktioniert. So. So. Ist da noch was Schönes drin? Die Orxe. Äh. Tamrii Trade Zettel. Alles, was unter 300 ist von Tamrii Trade Zettel, nehme ich gar nicht mit. Also das ist ja mein Net-On, was die Preise so checkt. Und. Ich fange immer so an, drüber nachzudenken, das mitzunehmen, wenn es über 300 Gold wert sein könnte. Okay. Dann gehen wir mal auf die andere Seite. Mal gucken, ob wir da einen Wegschrein irgendwo aktivieren können. So. Den Wegschrein hier erkunden wir. Hier sind die drei Steingräber sofort. Tja. Der Ramil hat bestimmt viele Bücher gelesen. So. Bisschen Staub drauf träufeln. Ich schätze, ich muss nur das Relikt so vor mich halten. Es. Es fühlt sich fast lebendig an. Es hat geklappt. Seht, wie es leuchtet. Sehr klug. Der Ramil greift auf die Schicksalsströme der Ebene zurück, um das Panoptikum zu finden. Okay. Ja, die Schicksalsströme sind es auf jeden Fall, ne? Das Steingrab leuchtet. Genau wie Leeramil es sagte. Suchen wir die anderen und bringen wir es zu Ende. Jo. Und Mel der Mundlose gibt auch mal schön noch Infos dazu. Das finde ich gut. Ah, da ist noch eine Himmelsscherbe. Da ist auch der Wegschrein irgendwo in der Nähe. Ist ja gar nicht so schlecht. Schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Ne, drei sogar. Himmelsscherbe, Quest und Wegschrein. Ne, das ist ja schön. Wer kommt da? Falsche Waffen. Der Ramil ist amulett, kann uns beide schützen. Ach. Auch kein Schutz. Läuft auch so. Wer sonst könnte uns helfen, das Panoptikum zu finden? So ist es lieber. Nichts, die Himmelsscherbe. Ach, da. Erzählt doch mal, wie weit ihr bei Elder Scrolls seid. Habt ihr schon alle Add-ons durchgespielt? Alle Kapitel, alle DLCs, alle Dungeons? Seid ihr schon... Champion Level 2000 oder so? Oder habt ihr gerade erst angefangen? Schreibt doch mal in den Chat. Wer das hier so guckt. Für mich ist es immer interessant. Wer schaut mir denn überhaupt zu? Schaut mir jetzt jemand zu, der schon weit lange dabei ist. Was ist jetzt passiert? Aha. Verteidiger. Ach, geht auch alles so. Okay, und das nächste... Steingrab, sehr schön. Ich muss mich auf das vollkommen Obscura fokussieren. Ich weiß, wie gefährlich solche Rituale sein können. Neramil ist tapfer. Das gestehe ich ihr zu. Ah, mach-e. Es macht nicht, der recurse... Ich arbeite über Gehirn. Ich liebe Arma. Okay. Okay. Sagen wir einfach mal Hallo. Ein geheimes Zimmer hier. Schicksalslied. Okay. Ja, wenn ihr das lesen wollt, einfach auf Pause drücken. Ja, sehr gut. Hier ist Diebesgut. Diebesgut bringt immer gut was. Und Funke gefällt es auch. Yay. Ist ja eine ganz nette Gegend hier eigentlich. So viele Truhen. Aber nur ein Buch, was wir noch nicht... Das sieht interessant aus. Aber ich glaube, wir müssen uns später bestimmt noch mal hin. Aber überall stehen hier Truhen rum. Über die Schiffrenhalde. Wenn ihr zu dem Dorf was wissen wollt, wo wir gerade eben waren. Dann könnt ihr jetzt... ...über die Schiffrenhalde nachlesen. Wie gesagt, immer auf Pause drücken. Wir ziehen das jetzt hier mal durch. Und die Geschichten des Systren. Und die Geschichten des Systren. Der Systren. Das Systren-Archipiel war doch... Das ist doch schon lange her, ne? Das ist doch jetzt eigentlich von letztem Jahr. Okay, aber auch das... ...kontet ihr jetzt durchlesen, was die Schiffren sind. Also, es ist doch... ...kontet ihr...